Seinem Ziel. Ich spüre den Schweiß, der an meinem Körper hinabläuft. Seinen Schweiß. Ich fühle die kräftigen Arme, die mich unerbittlich weitertragen. Meine Muskeln sind viel zu geschwächt, um die Strecke selbst zu bewältigen. Ich sehe die starken Sehnen, die sich über seinen muskulösen Hals ziehen. Sein kantiges Kinn und die spitze Nase, die mich an einen Zauberer erinnert. Vielleicht ist er sogar einer, ein Zauberer. Er jedenfalls scheint es zu glauben, sonst wären wir nicht hier. Er hat mich angemalt. Ich kann die feinen Nadelstiche immer noch spüren, die unter meinem Bauchnabel ein Bild gezeichnet haben, das ich mit mir nehmen werde. Es wird wie der Rest von mir in Dunkelheit versinken und vielleicht nie wieder das Licht der Welt erblicken, so wie ich. Mücken setzen sich auf meine Beine, aber ich habe nicht die Kraft, sie zu verscheuchen. Ihre Rüssel versenken sich tief in mein Fleisch, um mich auszusaugen. Als ob das jetzt noch einen Unterschied machen würde. Ich werde sterben. Mit oder ohne Blut in den Adern. Ich lasse sie gewähren und richte den Blick wieder nach oben. Ich sehe, wie sein Kehlkopf hoch- und niederhüpft. Er sieht etwas, das ihn erregt. Hat er die Stelle gefunden? Hoffnungslosigkeit breitet sich in mir aus. Ich hatte geglaubt, noch ein wenig mehr Zeit zu haben. Auch wenn es nur die Dauer eines Flügelschlags wäre, so ist doch jeder Atemzug, den ich tun kann, ein Gewinn. Ich blinzle, weil ihm der Schweiß vom Kinn tropft und mir auf die Stirn fällt. Der Aufprall der Schweißperlen erinnert mich an Regen. Doch das Gefühl der Reinigung bleibt aus. Ich kann die Anstrengung riechen, die er aufbringen muss, um mich die ganze Strecke zu tragen. Er sieht mich nicht ein einziges Mal an. Fast so, als wäre ich schon nicht mehr da.